Gut, wenn er jetzt soweit ist. Einmal werfen. Oh Mann, dieses Angestürme nervt. Na komm, schmeiß deinen Scheiß, Junge. Genau. So. Jetzt ist... Zeit. So, ich seh nix. So, jetzt ist der im Eimer und dann kümmern wir uns jetzt gleich mal um Püppi. So, erstmal die volle Ladung Pfeffer. Und dann gibt's auch noch... Alter, ist doch mit der nicht richtig. Ach was. Also, mit dem Pferdchen bekommt man's schon mal nicht hin und damit auch nicht. Okay, also kann man die quasi nur mit... Mit den Jungs hier platt machen. Hallo? Na komm. So, ein breifes Püppchen. Genau. Komm, der T ist fertig. Ach nö. Warum ist die so hartnäckig jetzt? Vorher sind sie doch auch gestorben. Nerv, schnach, knarf. Alter. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Boah. Na komm, Püppchen. Nein! Was machst du denn, Alice? Alter, geht die mir auf den Keks. Das Ding ist sperrangelweit offen. Ich kann das kleine Herzchen sehen. Mein Gott. Ja, und jetzt? Wollen wir uns anstarren, oder was? So. Mir reicht's. Ich geh jetzt einfach mal. Soll ich doch machen, was du willst. Willst Püppchen. Das Zeug hier ein bisschen einsammeln. Das ist ja hässlich. So eine fehlende Nase schaut immer enorm abartig aus, ne? So unmenschlich. Mann, ey. So, das muss es quasi machen, bevor ich es wieder aufrichte. Habe ich da recht? Genau, und dann kann man wieder schießen. Oh Mann, ey. Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Ich hätte nur auf den Arm schießen müssen. Oh, kommt mal da hinten. Ach nee, das war nur das Licht. Ich dachte, da wäre eine Erinnerung. Erinnere dich, was früher war. Das ist mir egal. Vergangen ist vergangen. Und kommt auch nicht wieder. Oh, Kuchen. Der ist quasi so ein Grundsatz, nicht? Alles, was vergangen ist, soll man quasi nicht, äh... Wie sagt man? Wenn es vergangen ist, sollst du nicht zurückblicken und über Fehlentscheidungen quasi dir den Kopf zerbrechen, sondern das nehmen, was du daraus gelernt hast und dein Leben weiterleben. Was ist das denn? Ach, nichts. Weil ist die Entscheidung einmal getroffen, kann sie nicht rückgängig gemacht werden. What's what she said? Nein. WTF? Katze! Mann! Katze! Äh... Du verwirrst mich, Mieze. So. Nein, oder? Das wird ja immer, äh... Ne? Verdammt. Oh. Kann man denn hier nicht einmal schön irgendwas friedlich machen? So wie im ersten Level. Die ersten zwei, drei Minuten. Weiß. Da. Das wär schön. So, was passiert denn jetzt? Geronimo, 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 Geronimo. Ich habe keine Zeit. Oh. Dafür hab ich natürlich Zeit. Nicht, dass das Ding hier verschwindet, wenn hier... Komm, der ist eh tot. Nimm an, das Ziel, Mensch. So. Da war es nur noch er. Genau. So, kleine Schweinchen. Ich geh jetzt erst mal hier lang. Kleine Schweinchen. Ah, Schweinchen. Oh, da holt's gleich mal die komplette Wand weg. Sehr schön. So, ein Picknick-Corp für Alitze. So, das müsste ja dann mit... 700. Das müsste ja dann quasi schon die letzte Stufe... Der... Na, wie sagt man? Der T kann es sein. Also die letzte... Nein, was machst du denn, du dummes Ding? Müssen wir mal gucken. Ich vermute es. Ohne es zu wissen. So, da müssen wir jetzt da lang. Gut. Dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Und vor allem, was ist dieses neue Übel? Das ist das, was mich gerade interessiert. Hui. Kuchen. Ich mein, so schlecht ist diese Welt gar nicht. Es gibt Kuchen. Oh. Es gibt Kuchen, wollte ich sagen. So, dann checken wir mal. Rübers. So, gibt's da unten denn was? Ne, da wäre ich glaube ich von den Dingern... Jetzt hänge ich schon wieder an der Textur. Von den Dingern daher gekommen. Ah, okay. Was? Ach, nö, schon wieder so ein blödes Rätsel. Ach ne, ich muss erst mal... Ups, Entschuldigung. Die Dinger finden. Was wollte ich sagen? Ach genau, was mich so übelst wundert hier, ne? Es gibt sehr wenig Schlüssellöcher. Außer, ich seh sie nicht und verpeil das irgendwie. So, wo geht's hier als erstes hin? Hallo? Pilz. So, na dann. War ja gar nicht so schwer. Danke. So, jetzt das Ganze einmal schneller. So. Da sind wir. Was ist es? Es ist eine Nase. So, auf zur nächsten Tür. Oh, nö. Oh, ach. Der ist nicht. Ich hab schon gedacht, das wär irgendwas... ...mit Stress. Oh, kleine Viecher. So, los geht's. So, das war's auch schon. Ich sag ja, das geht jetzt irgendwie so... ...schnapp, schnapp. Weg sind sie. Oh. Leben. Sehr schön. Okay, so viel haben wir ja gar nicht verloren. Beziehungsweise haben wir uns schon wieder... ...aufgeladen. So, Frommse Schlüsselloch... ...Tuse Schlüsselloch. Gerade haben wir noch davon gelabert. Oh. Gegen tut sie aber mehr nicht, ne? Ne. Na komm, Laufmädchen. Hab ja auch nicht den ganzen Tag Zeit. Na. Jetzt geht's erstmal hier weiter. Oh, guck mal, ein kleiner Zinssoldat. Das erinnert mich an... ...Äh. Der erinnert mich an gar nichts. Der erinnert mich hütendlich an Pinhead. Äh, Oz? Oz, genau. Zauber von Oz war das, glaub ich, mit dem kleinen Zinssoldat. Oder? Oh Gott. Wenn das nicht immer alles so ewig lange her wär. Naja. So, jetzt muss ich nach ganz oben, war das, ne? Genau ist denn, Sir. Ja, und nun? Hallo, ich hab da alles. Hallo? Was ist denn hier? Kann ja wohl nicht angehen. Hier waren wir drinnen. Ähm... Waren wir hier? In der Tat. Da waren wir auch. Was haben wir denn dann noch? Dann haben wir doch alles. Ach ne. Doch. Wir waren hier. Wir waren da. Lass mich putzeln. Meine Güte. Könnte ich mich schon wieder aufregen? Könnte ich mich da jetzt? Weil schon wieder etwas nicht so funktioniert, wie es denn prinzipiell eigentlich funktionieren sollte. Ach ne. Ich war ein Idiot. So. So. Mit einem Auge hätte das bestimmt auch ein bisschen komisch ausgesehen. So, lass mal sehen. Das da. Ach ne. Er weint. Also hochgezogene Augenbraue. So. Warte mal. Wie waren das hier so? Mit Leertaste? Genau. Was ist denn das? So. 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 Mann. So. 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 Und so. Ach so. Der Mund noch. Da weint er. Oh Mann ey. Das ist hier. Beast Baby. Baby Beast. Alter. Da vor dir Alice. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass so eine Mini Armada von den Dingern ganz schön nervig sein muss. Okay. Merkel. Wenn sie explodieren, sind sie nochmal. Okay. Sind sie nochmal gar nicht so erfreulich. So. Der Typ, der hängt dann ein bisschen. Ach so. Der macht Überschläge. Bei Überschlägen ist das leicht. Den kannst du wunderbar einschätzen. So. Jetzt machen wir hier schon wieder die Acht. Sind wir im achten Stock oder wofür steht die Acht? Okay.